Hey Daddy Ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hermeswetters aus Luxemburg an Wasser billig beim Herrenberg in einem Beinberg. Das Wetter für die kommenden Tage wird sommerlich warm bleiben bei Temperaturen knapp unter der 30 Grad Grenze. Doch dann am Wochenende, so etwa gegen Sonntag, wird es etwas kühler mit Schauern und Gewitter, die sich bis Mittwoch noch hereinziehen können in die kommende Woche, die dann allerdings wieder sommerlich warm wird, etwa ab Mittwoch logischerweise, bei wieder mal Temperaturen knapp unter der 30 Grad Marke. Somit bleibt es allgemein unbeständig warm und schönes Wetter, sommerlich, bis bald. Ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017